Bei PKWs ist zu beachten, dass diese keine Trennwand zum Laderaum besitzen, die den Fahrer und die Insassen bei einem Unfall vor umherfliegender Ladung schützt. Speziell bei beruflich genutzten PKWs wird aber häufig eine Vielzahl an Gegenständen mitbefördert. Sichern Sie Werkzeuge, Musterteile, Ersatzteile und ähnliches auf einfachste Art mittels Boxensystemen, die auf einer Platte arretieren. Vermeiden Sie im Fahrgastraum lose herumliegende, eventuell störende Teile. Nutzen Sie für kleinere und unhandliche Gegenstände Kisten, welche mit den vorhandenen Sicherheitsgurten in Ihrer Position gehalten werden. Mittels entsprechender Haltevorrichtungen können Sie häufig genutzte Utensilien auch auf dem Beifahrersitz sicher befördern und trotzdem rasch entnehmen. Fahrer, Verlader und Zulassungsbesitzer sind für die Ladungssicherung verantwortlich.